Und unser vorlausschnellster Dylan Karte auf der 4 hat hier noch eine Rechnung offen. Der ist gestern bei den 50-3, steht sehr stark vom Start weggekommen. Ist das dann eine lockere Haube, die schon auf den Achtung passt. Und jetzt geht es hier auf die 100-3-Spiel. Da sind wir gespannt, wie es mit der Doppelung dann läuft. Aber Kopf an Kopf, ein enges Feld. Aktuell in Führung bindet das erste Thomas Schöpfen auf der 2. Knapp verfolgt von Dylan Karte und Thomas Schöpfen. 0,900 zu dieser Weltmechorzeit. Also ein wahnsinnig schnelles Anfangstempo hier von den Italienern. Und macht eine super Rennen. Aber auch Dylan Karte hat die Direktion noch offen. Sieht da nicht auf. Wir kommen auf die letzten Meter. Und Thomas Schöpfen scheint seinem Anfangstempo Tribut zu holen zu müssen. Reicht es? Es reicht. Es reicht. 47,97 die Zeit für Thomas Schöpfen. Für Zach Inzerti und Dylan Karte. Also hier jetzt